Hallo ihr Lieben, die Sevi hier, kennt ihr das auch. Nach dem Erradeln von wertvollen Kilometern für Bienes Radl Challenge habt ihr ordentlich Muskelkater in den Beinen und im Hintern. Dafür habe ich hier von mir, für euch, meine Lieblingsstretching-Übungen zusammengestellt. Macht gleich mit! Wir dehnen den Hamstring. Natürlich auch den Popsch. Und die Radlwadel. Wie fühlt ihr euch? Meine frischgedehnten Muskeln sind fit für die nächste Runde, um wichtige Kilometer zu erradeln, damit Sonne Internationals Projekt in Myanmar viele Spenden erhält, damit Straßenkinder eine sichere Zukunft haben. Macht mit bei Bienes Radl Challenge und freut euch auf die nächsten Ready to Radl Mehrwertvideos. Baba, tschüss! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020